Das Kloster Bendlage ist im Mittelalter, im 1437 gegründet, war fast 600 Jahre lang ein Kreuzjahrenkloster, später ein Adelssitz einer belgischen Adelsfamilie und ist heute im Besitz der Stadt Rheine eine kulturelle Begegnungsstätte. Tradition und Moderne kann man beispielsweise sehr augenfällig im Museum erleben. Unser Schwerpunkt hier liegt auf der Präsentation von zeitgenössischer Kunst. Wir haben im und um das Kloster Bendlage wunderbare Ausstellungsmöglichkeiten. Ein eigener Schwerpunkt liegt dabei nochmal auf der Druckgrafik, da wir hier mit der großen Druckwerkstatt uns zu einem internationalen Zentrum für Druckgrafik entwickelt haben. Das Besondere daran ist, dass die Besucher nicht nur Kunstwerke zu sehen bekommen, sondern bei Werkstattbesuchen auch Gelegenheit bekommen, selbst in den künstlerischen Arbeitsprozess hineinzuschauen. Wir haben ein Familienprogramm, wie es in einer kulturellen Einrichtung eigentlich niemals fehlen sollte. Das sind Aktionstage, das sind Mitmachangebote, ein eigenes kulturpädagogisches Programm. Die Kunst wird hier sehr direkt erlebbar, geradezu begreifbar. Und was besonders wichtig ist, es gibt hier auch Ablenkungen. Es gibt Ruhezonen oder meinetwegen für die Kinder auch Tobezonen, wo man sich sozusagen kindgerecht einmal entfalten kann, um dann auch wieder kulturbereiter zu werden. Sehenswert und eine Attraktion für unsere Besucher ist die Bibliothek mit über 10.000 Märchenbüchern aus aller Welt. Die Europäische Märchengesellschaft ist eine der größten literarischen Gesellschaften Deutschlands. Vor über 60 Jahren, im Kloster Bendlage gegründet und auch heute noch hier beheimatet, kümmert man sich wissenschaftlich um den Erhalt und Weitergabe des Volksmärchens. Der Emsradweg, die 100-Schlösser-Route, weitere regionale Radwege kreuzen sich hier und sogar ein Europawanderweg führt hier über das Gelände vom Kloster Bendlage. Unsere Übernachtungsgäste in unseren barocken Torhäusern können die besondere Atmosphäre einer Übernachtung in einem echten Denkmal erleben. Unsere Gäste reagieren zum einen oft mit großer Überraschung auf unsere Angebote, weil sie hier eben Kunst in einer Qualität zu sehen bekommen, die sie durchaus eher in einer Metropole erwarten würde. Zum anderen erlebe ich oft so eine freudvolle Entspannung, so einen ruhigen Kulturgenuss, der sich dann mit allem anderen zusammen eigentlich zu einem sehr schönen Gesamterlebnis verbindet. Für mich persönlich ist das Besondere an diesem Ort seine Spiritualität, ich sag mal der Geist von Kloster Bendlage. Denn in aller räumlichen Schönheit ist dieser Esprit, der hier um die Mauern weht, das, was mich persönlich, aber auch Besucher und immer auch wieder Künstler, die hier zu Gast sind, besonders anspricht. Ich finde, der Ort hier, der öffnet Herz und Verstand.